Hallo Leute, hier ist B-Movie und ich habe heute eine Gastarbeiter Luca Inato. Moin! Ja, wir testen heute oder spielen Fan Round 2 wie angekündigt in der Displaystaffel. Sorry, dass ich mich um knapp 2 Wochen verspätet habe, aber jetzt kommt das erste Video dazu. Fangen wir doch einfach an mit dem Take-off. Jetzt grepiert ihr es! Jaaaa! Jaaaa! Das ist noch nicht Spaß! Alle warten! Guten Abend! Ich bin hier mit in die Scheibe! Äh, die Scheibe dreht! Los geht! Los geht doch mal da! Los! 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 Boah, Alter, da dreht sich mein Ufer hier schnell am Kreis. Meine Ufer ist tot, aber... Jaaaa! 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 Oh, ich bin jetzt mit einem Schmuck angekommen, wo ich kosten könnte! Ich bin jetzt mit einem Schmuck! Schau doch mal, wenn der nächste ist gleich noch, wie bringt mir Luca zum Kasten? Ich bin hier wieder mit in einem Kapadelchef! Geh! Ich bleibe hier! Ich bin hier drin! Wir wollen Larenini! Lalalalalalalala Ja Marino das war schon Nein das war es nicht Das ist ein Spagat zu sagen Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Mahni. 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 ICK Maximilienrose Wie ihr Mädchen erhält? Was macht ihr? Hahaha. Wir können uns unterbeschicken. Super sein. Ich schlafe jetzt mal woher zu kommen. Moment, auch wenn. Verhalten wir mal! PENNY!!! Ja, meinst du PENNY!!! Ey Leute, ich bin wirklich zu PENNY!!! Pass auf, sonst macht mir einen PENNY BÄR! Und da gibt es Nachschieden und und und. Also gerade neu auf meinem Kanal PENNY BÄR! Seht ihr abend? Wenn euch die Folge mit Luca Inato gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare und schreibt, wenn ihr mehr wollt, 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 schreibt, wenn ihr mehr wollt... Hallo meine lieben Leute! Au! 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 Alles klar! Ich glaube, ich hab dir noch was zu klären. Also wenn es euch zu sein hat, dann legt einfach Daumen in die Kommentare! Daumen hoch in die Kommentare! Daumen hoch in die Kommentare! Daumen hoch! Daumen hoch in die Kommentare! Daumen hoch in die Kommentare! Daumen hoch in die Kommentare! Oh, cool! Das kommt immer! Ende! Ich werde es immer machen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Und viel Spaß! Wenn ihr wieder aufs Jahrmarkt seid! Und grüßt eure Tatsche! Wir werden euch mit Kübelkappeln! Ja, wir sagen jetzt einfach Tschüss! Und bis bald Leute! Tschau! Tschüss! 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 Tschüss!